Den hier drüben, den geht's super. Finde ich toll. Den hier, den geht's nicht ganz so toll, aber das ist... Huch! Was ist denn jetzt los? Äh... Leute! Ich will die nicht catchen, ich will die abwehren, aber wie soll ich das machen? Tibetan Power! Werden hier hinten noch irgendwo welche rumfliegen oder nicht? Ja, Death am Arsch! Ist das hier noch eins? Ja, das ist... Spiritual. Spiritual. Spiritual interessiert mich nicht. Mich interessiert hauptsächlich... ...das Normale. Swap your creature with this one, if you want. Wer hat ein Verteidigungswunder? Physical Shield Miracle. Wer ist das? 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 Ihr seid das. Leute, ihr müsst mal, ähm... ...n bisschen was ranklotzen. Tut mir leid. Aber so ist das nochmal. War hier nicht irgendwo noch ein Portal? Ja, hier. So, dann wandert mal da rein. Und betet mal ein bisschen. Ja, nix. Let's clean the place up. Du weißt, wie das funktioniert. Death, death, death. Gut. Miracle Heal ist schon mal ne gute Sache. Aber das reicht noch nicht. A second volley is on the way. Right over the village center. Right over the village center. Ihr könnt mich mal kreuzweise... Nemesis, du Arschloch. Schnauze. Death. Death. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, das will ich ja überhaupt nicht. Swap your creature with this one if you want. Ah! Wo ist er denn? Physical Shield. Physical Shield. Und jetzt? Habe ich überhaupt ein Wasserwunder oder sowas in der Nähe? Natürlich habe ich kein Wasserwunder. Außer das, aber das kann ich nicht benutzen. Ach, leck mich. Leck mich, Nemesis. Leck mich. Das kriegst du auf jeden Fall wieder. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Miracle Hero. Miracle Hero. Das tippt halt ab und fliegt erstmal 10 Kilometer. Hier, kannst du wieder haben. Das bald? Ach, Leute. Das ist doch nicht wahr. Was macht ihr nur? Wo sind die dämlichen Kühe hin? So. Ich muss es irgendwie hinkriegen, ein scheiß Wasserwunder zu machen. Ist ja mal voll ekelhaft. Ich weiß, das größte Opfer wäre ein Menschenleben, aber das ist es dann am Ende doch nicht ganz wert. Ich meine, wir sind schon nicht mehr der Guteste. Überhaupt, nachdem wir da ein bisschen was rumgekaspert haben. Miracle Hero. Was ist das da überhaupt? Aber was auch immer. Okay, zumindest verteidigen wir das Dorf. Was ich mich nur frage ist, ob der Glauben schwankt. Ne, anscheinend nicht. Hallo? Nein, ist es nicht. Hallo? Hey, es war carnage. Wurde, Leute. Ja, das Stadt hat einen sehr starken Poundern in mir, Leute. Ja, ich seh's. Es ist nicht gerade toll. Aber was will man machen? Zumindest haben wir hier einen Pilz. Hier ist ein Heilwunder und wir haben hier sogar ein Holzwunder. Okay, das Teil fliegt die ganze Zeit über auf den Tempel. Wie sieht das Ding hier vorne aus? Nix, Vata, Miracle, 600, irgendwas, gut, okay. Gut, 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 gut. Wir haben also den Anfang überlebt. Das ist schon mal ganz okay. Das Ding hier will ich gerne los. Ich glaube, jetzt ist es endgültig weg. Ich bin mir aber nicht sicher. Sieht zumindest nicht so aus. Aber zumindest meine Kreatur ist da. Der Nimm ist es Kreatur ist immer noch größer als meine. Na, Freund. Was ist los mit dir? Schon mal davon gehört? Boom. Gefällt's dir? Das ist dreckig. Ernsthaft? Die Idioten sind alle auf das Feld gerannt und wurden von irgendwas angezündet. Ja, da haben wir echt ne Menge Leute verloren. Jetzt ist doch nicht irgendwas Holz benötigt. Haben wir hier nicht noch irgendwas Holz in der Nähe rumfliegen? Ach, kommt schon, jetzt macht das Spiel, jetzt macht das doch nicht so. Ach, blödes Game. Oh, da hinten kommt Holz hin, ne? Und weg ist das Holz. Habe ich kein Geistesschild? Bin ich geistlich, äh, geistig etwa nicht auf der Höhe? Anscheinend nicht. Die wollen was zu essen haben, wie's aussieht. Tolle Wurst, ich hätte denen das Dingsbumsteil nicht zerstören dürfen. Was mach ich denn da eigentlich? So, wie's aussieht, ist das Dorf demnächst unexistent. Gut, dann müssen wir halt das Lagerhaus zuerst aufbauen. Mit 2000 Holz. Dann können wir da Holz einlagern, dann laufen die Leute da hin und verbauen das Holz direkt. Das ist zumindest besser, als das Holz da hinzulegen und dann zu sehen, wie es verfeuert wird von diesen dämlichen... Ach. Wants to be kind and generous? Du bist die Beste. Ah, okay, ich wollte schon sagen, das Ding ist halt jetzt so gut, dass es keine Stimme mehr hat. Du bist doch der Beste. Nein. Das ist eine Lieche. Lebt hier überhaupt noch irgendwas drinne? Ach, hier da. Moment mal. Ich kann überhaupt nichts machen in dem Dorf. Ja, 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 dank mir später. Macht mal lieber ein bisschen Action hier. Wo kommt denn das Feuer jetzt auf einmal wieder her? Miracle Heal. Hey, nice to see you letting the people's desires go unheated. Hehehe. Ist hier immer noch irgendjemanden mit Feuerbällen rumschmeißen oder hab ich irgendwas verpasst? Scheiße. Mann, jetzt bin ich hier. Vorhin war ich hier vorne irgendwo und da hinten muss ich hin. Das ist mal gar nicht cool. Mal gar nicht. Mal gar. Die haben immer noch Hunger. Was los? Habe ich dich gestört? Kleines Knutscheviech. Ja, ja, wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Oh, guck mal, er brennt. Ist das nicht niedlich? Ja, wer kann denn damit rechnen, dass ein riesige Brennlichter durch mein Dorf durchläuft und da, ups, alles anzündet? Sorry. Du blödes Fiederviech, ey. Pass mal auf, ich mach dich sowas von Cosmopolitan, ey. Jawoll. Fireball, Mann. Hat er nicht so gut funktioniert. Irgendwie funktioniert der Feuerball nicht so gut wie das Blitz-Dings. Ich hoffe, dass du demnächst noch ein paar Jährchen hinten bei Nemesis bleibst. Da hast du auf jeden Fall mehr vorne, als wenn du zu mir kommst, du großes, hässliches, fettes Viech, das du bist. Death, meine Fresse, ey. Also ich weiß nicht, hat die Kreatur einfach mal das Ding von denen zerstört. Das ist unglaublich, ey. Krieg ich einen Affenball. Wood required null. Ich kann denen auch nicht sagen, baut mir das auf. Bau das Ding da erstmal auf. Dämliche Kreatur von Nemesis da. Dämliche Kreatur von Nemesis da. Baut mir die Kreatur von Nemesis da.